ARD Text im Auftrag von Funk So große, komm, auspocken geh, schau mal direkt an. Ich gucke dich, komm auf. Mach auf. Was ist da drinnen gehabt? Hm? Das ist ja gescheit, hm? Ja, los, 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 los. Tadaa. Gewinnspiel! Gewinnspiel! Papa hat 1.599 Euro gewonnen! Das stinkt so! Facebook Gewinnspiel! Facebook Gewinnspiel! Sehr gut! So! So! Bist du noch wisch! Boah! Es ist ein Monstrum! Und schwer! Und leicht! Es ist leichter wie eine Schnecke! So da! Das ist das gute Stück! Sonntag noch raus! Aufstehen! So da! Machen wir das Ganze etwas leichter! Aufpassen gerade! So! So da! Sehr gut! Er hat ja keine Räder! Was sind denn die Räder? Mit Wasser! Das ist für ein Monstrum! Bist du selber! Das ist das Werkzeug und Ersatzteile, das ist die Fernsteuerung. Neben die Bedlock, laut Website sind das Bedlockreifen, aber es ist genauso wie beim Zoom mit, es sind nur angedeuschte Bedlocks, sprich optisch, weil die sind nach wie vor geklebt. Ja, sind nach wie vor geklebt, aber optisch sehr fein. Das ist mein Katalog und die Anleitung. Und da ist unser gutes Stück. Schon eine edle Optik, böse. Ja, die Optik fehlt mir. Hier der Größenvergleich, HPI, Trophy-Trage-Flux. Dann der Team-SS-Fated, Rival-Monster-Trak. Und daneben der Traxxas Sumit. Das Lustige ist, der Sumit ist laut Hersteller 1 zu 10. Und das andere hier, laut der 1 zu 8 Traxx. Jetzt kann man sich nicht vorstellen, wie der Sumit 1 zu 10 ist. Hier mal der Größenvergleich, also vom Radstand her, gleich lang fast. Der Flux ist eher der Sportliche. Schlank, flach, tief. Und daneben der Rival. Von Scalefactor, meiner Meinung nach, ein sehr schöner Truck. Die Reifen sind im Prinzip fast so groß wie beim Sumit. Das sind zwar nicht die Original-Sumit-Reifen, jedoch die Pro-Line Rock-Rage-Reifen, die sind vom Umfang her genauso groß wie die Original-Reifen. Die sind leider schon defekt. Ich muss nur entschuldigen. Das ist nicht da unter der Hauptbebefinde vom Rival-Monster-Trak. Der Rival-Monster-Trak war die Reifen abkontiert und extra verpackt. Oh, meine Katze, meine Katze. Schaut, was sie macht mit dem Karton. Maxi, putt, 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 putt. Maxi, die ERC-Katze. Grüß Gott, grüß Gott. Ah, gehst du weg. So, da haben wir die Splinte abgenommen. Jetzt schauen wir mal unter die Haube des guten. Ja, der Bumper schaut metallmäßig aus, ist aber Kunststoff. Schaut sehr edel aus, ist auch alles Kunststoff. Doppelstoßdämpfer pro Aushängung. Sind angetäuschte Biggy-Bag-Dämpfer. Sind nur, haben keine Funktion. Schaut noch optikmäßig besser aus. Die vorgetäuschten Badlock-Reifen, wie beim Summit. Nur zieht er angeschraubt. Die Reifen sind verklebt. Der Server hat die Akku-Fach für zwei Akkus. Jeweils kann man mit NIMH fahren oder mit Lipo-Akkus. Und die NIMH-Akkus werde ich rausgeben und fahre mit Lipo. Was mir gefällt, ist die Halterung. Also die kann man hier aufklappen. Dann kann man das Ganze sauber wegklappen. Das gehört mir. Dann kann man die Akkus wechseln, wieder rauf. Da hat man keine lästigen Splinter oder sonstiges. Es sind auch im Zubehalt dabei so Gummipuffer. Für die Vendelib-Akkus sind ja kürzer, wie die 8-Zellen-Akkus hier. Oder 7-Zellen-Akkus hier. Die wasserdichte, also wasserdichte, spritzwasserdichte. Receiver-Box. Das Mitteldifferenzial mit dem Getriebe. Der Braschless-Motor. Aus Einschalter. Der Fahrtenregler. Sein Widi. Widi-Widi-Widi-Widi-Motor. Das ist ein Braschless-Motor. Der hat 2000 KV. Ich bin gespannt, wie der geht. Der Fahrtenregler. Wenn man nicht licht. Der XP Fahrtenregler. Widi-Motor. Toller Bögel. Zum Tragen. Aber hauptsächlich ist überall Bögel für die Karosserie. Zum Schutz. Das Heck ist genauso. Es schauen optisch sehr stabile Querträger aus. Die Querträger schauen optisch sehr stabil aus. Flexible Auflage für die Karosserie. Die Querträger. Querlenker. Kardanantrieb. Jetzt brauchen wir das Licht, glaube ich. Ziehen wir es. Rein ins Betriebe. Gefällt mir sehr gut. So sieht das Ganze von unten aus. Solides Alum. Vermute ich mal. Die Schrauben werde ich vorher noch. Man empfehle ich grundsätzlich bei allen neuen Modellen. Grundsätzlich aus Sicherheitsgründen die Schrauben alle. Händisch nachzudrehen. Sicher ist sicher. Nicht, dass irgendwas verloren geht. Sehr stabil. Da geht die Kardanmille nach vorne. Schaut alles schlecht sauber aus. Sehr sauber verarbeitet. Hier sitzt der Server. Mit einem Server-Saver. Ich habe gespannt wie viel Kraft der Server hat. Das ist auch ein eigener Server. Fürs Erste. Schaut das sehr, sehr gut aus. Dann möchte ich nochmal recht herzlich bedanken. Bei Riem Associated. Für den tollen Preis. Hat nicht gerechnet, dass ich da was gewinne. Generell denkt man nicht bei Gewinnspielen. Ich hoffe es hat euch das Unboxing Video gefallen. Ich werde sicher demnächst ein Video geben, wo das Ding auf freier Wildbahn bewegen. Und jetzt muss ich noch einen Platz suchen, wo ich das unterbringe. Aber ich glaube wir werden schon einen Platz finden. Momentan schaut es ein bisschen chaotisch aus in meiner Werkstatt. Aktuell wie gerade der Wave bekommt neue Schlappen montiert hat er verpasst. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen. Schaut doch mal auf unserem Modellbau-Blog vorbei. www.modellbau-blog.at oder besucht uns auf Facebook unter facebook.com-modellbau-blog. Vielen Dank fürs Zuschauen und aufs Abonnieren nicht vergessen. Dankeschön.